Dann join wir! Jetzt? Ja. Achso. Ja, ja gut, dann join wir. Ich stell mal mein Handy auf lautlos, weil das... Ich glaube mein Handy hat überhaupt... Ne, mein Handy ist nicht auf lautlos, aber... Okay, soll ich... Warte, ich sag trotzdem mal ne Ansage, weil... Ohne Ansage ist alles doof. Hey, 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 everybody! Wir kommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Glumly. Erstmal ein paar Zitronaten. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir jetzt ja sogar diese Episode hin, dass wir tatsächlich reden. Vielleicht eine abgespacede Idee, aber... Das ist in der Tat eine abgespacede Idee. Cool. Erinnert mich ein bisschen an Denas Haus aus... Megaprojekt. Oh, das war noch... Alter, wie alt ist das Megaprojekt? Ja, keine Ahnung, was glaubst du? Es hat sehr starke Ähnlichkeiten, weil es quasi eine sehr... Äh, fast exakte Kopie davon ist, ja. Tatsächlich schon. Äh, nein, Lemon, nein, 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 nein! Bitte nicht! Äh, die Ender-Lilies, die können doch baumielig wachsen. Wir sind kleiner, ne? Ja, richtig. Deswegen lass es bitte lieber. Hoppla. Kein Problem. Da bin ich auch, äh, in den vier Stunden, die ich da alleine mit, äh, Lata und Amsa habe, wirklich... Bin ich da eine Stunde lang rumgesucht, um Ender-Perl bzw. Ender-Lilisids zu finden. Es ist C. C? C ist es bei mir. E? Warte, wenn ich jetzt... Cäsar. Herr, wie? Wenn ich jetzt gucken möchte, was man alles aus Birchwood machen kann, drücke ich C? Achso, nein, es gibt einen, äh, Crafting-Table, den du dir, den du dir auf jeden Block setzen kannst. Das machst du mit C und dann hast du da so ein Crafting-Table. Da kannst du Sachen reinlegen. Dann machst du einfach aus nichts, äh, eine Crafting-Table. Das ist, äh, kann sehr praktisch sein. Ah! Du musst ja nicht immer eine Workbench mitnehmen. Leider vergesse ich das immer. Dass das ja geht. Ich okay. Ach, mit C holst du dir das raus. Ah, okay. Ich dachte gerade, ich hätte mir gerade meine drei Paddle-Dats weggeglitscht, dabei habe ich einfach bloß das Werkzeug gecraf. Wobei mir ist gerade ein Creeper in Lava gefallen. Die Geräuschkünste hier unten ist echt, äh, toll. Ach du heilige Scheiße, hier ist ja auch noch eine Schlucht dran. Also dieses, ähm, Metallurgy-3-Core, das ist übrigens der Mod, mit der du eine, mit der du richtig strange Erzverarbeitungsmaschinen bauen kannst. Ach shit, ich hab's gefunden! Mandrake! Wir haben, wir haben Tomaten? Nein, ein Mandrake! Das sind die doofen Dinger, die, die ausrasten. Oh, juck! Ich hatte letztens einen Enderman, der hat mich mit Kies beschmissen, wenn ich ihn gehittet habe. Das war auch lustig. Ach der, ja. Ja, ja, tatsächlich, den kann ich. Den hab ich mal fertig gemacht. Der, der hat dann so einen Regenerationsstab gedroppt, aber den hab ich schon nicht mehr, den hab ich schon verbraucht. Ja, ich hab, ich hab, äh, wollte rausfinden, was er macht. Ja, ich hab, äh, wollte rausfinden, was er macht. Dann war er so, null HP, der Stab. Hab mir gedacht, okay, der ist aber schnell kaputt. Wie viel, wie oft kann man den benutzen? Hab nochmal draufgeschickt, dann war er weg. Allein der Red Drop wär schon cool. Aber ich glaube, bei unser Plenty ist nicht wirklich aktiv, tatsächlich. Weil wir haben den Smoldering Grass Block, da kommen wir normal im Nether vor, ne, oder? Äh, ja. Und Fleisch. Und wir haben im Nether kein Fleisch-Biom bisher, also ich hab noch keins gesehen. Das sieht ziemlich bei immer plantierig aus. Äh, tun wir dann mit F3 einfach schauen, was für ein Biom es ist. Ähm, Bungi Forest. Oh, das klingt cool. Das ist bei Home Supplenty. 100 Pro, warte. Ja, ja, ist es. Ja, bei Home Supplenty, yeah, yeah. Oh, ich hab's geschafft. Good job. Ich bin ein guter Server-Admin. Boost. Bin ich gar nicht. So, wozu ein paar bisschen dieser Kackspot? Oh, hier drüben. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Die sind richtig viele Kürze. Oh, ich hab's nicht so krank. Ah. Greatwood. Oh, komm. Greatwood Kenma. Ja. Verdammt. Ich hab' meinen Jungle-Bomb von groß gemacht. Der ist nicht gewachsen, weil da so. Vollkneben war. Vollkneben war. Vollkneben war. Vollkneben. Fuck. Zumindest war's früher bei, äh, Red Power so, dass, äh, Rubinhacken irgendwie fast immer Fortun gekriegt haben, Saphir immer, äh, Silk Touch und die Grünen immer irgendwas. Bojo, wo kommt ihr denn jetzt her? Sind sie diese Rebell-Parländer? So drei Stück auf einmal. Ja, es spawnt doch sowieso immer alles in dem Mod-Pack. Wieso kann der mich mit nem Holzschwert vergiften? Das ist ja ein Feature. Das können die einfach. Damit ich hier einfach ein Genior machen soll. Ja, anscheinend. Ich weiß auch nicht, warum dieser Mod auch grundsätzlich jede andere Lebens-Kreatur, äh, in Enderman verwandelt hat, aber... Äh. Äh. Und... Der Linken gesehen? Bin ich jetzt langsamer hoch? Ich bin... Oh, es ist ja Nacht. Ja. Ach du Heiliger, was ist das denn? Ich hab nen Titan gefunden. Oh Gott, der hat zwei Köpfe. Oh Hilfe. Ach, das ist der Titan. Ja. Ähm. Der wird runter. Ähm. Ohr, Bricks, Wüstung, Schere. Wolltest keine machen. Bitte was? Eisen und Holz. Die besteht aus Eisen und Holz. Und das wird's nicht hinbekommen. Was, was denn? Eine Dolly zu machen. Ja, ich weiß schon, ich hab's immer wieder vergessen. Das ist ein wichtiger Dolly. Na, wer denn bin ich ein Dolly? Außerdem brauchst du für Spawn einen Diamond Dolly tatsächlich. So. Mhm. Wieso? Aber, aber die ist auch dich sehr viel schwerer zu machen. Das ist das Peinliche dran. Komm, wenn ich verpeilt, dass ich für die Enderquelle noch zwei Diamanten brauch. Irgendwie. Ach, ich hab meine beiden gefunden. Die ich noch, äh, heute in der Höhle gefunden habe. Mit meiner Faktion zwei Picke. Alles easy. Kein Problem. Äh. Die Diamanten da oben hin. Der ist da hin. Die Eisenspitzhacke. Da hin. Der erste Ender-Termic-Pump. Das ist die große Frage. Wo zum Teufel ist die, äh, zweite Eisenspitzhacke jetzt hin? Lass mich raten. Du willst nicht so unbedingt zum Aufgang direkt neben deinem Haus haben, oder? Äh, ich glaube, wenn der, wenn der genau da hinkommt, wo du ihn jetzt angefangen hast, ist er sogar in meinem Haus. Nicht ganz. Äh. Du weißt schon, dass mein Haus wahrscheinlich noch ein bisschen größer wird. Geh näher noch. Danke. Danke. Und daneben? So parallel daneben? Schau doch, ne? Äh. Nicht so unbedingt toll. Ja, jetzt gehen die Kompeten. Wow. Ich habe ohne Witz die zweite Eisenspitzhack einfach in meinem Crafting Table gelassen. Ich bin ein schlauer Mensch. Schlauer Mensch, ja. Äh. So. Anatomic Pump. Ender Query. Easy. Rein, wo Platz ist. Alter, ich habe, weißt du, das Ding ist halt, da wo meine Ö, mein, mein Ofen steht und mein gesamtes Zeug steht, da habe ich keine Kisten. Da wo meine Kisten stehen, habe ich keine Öfen. Deswegen habe ich jetzt immer in den Workbench und das ist totale Chaos. Okay. Ach, ein Zaun besteht aus sechs Mal Sticks, ne? Äh. Ja. Habe ich nicht. Boah, jetzt kommt ja auch noch ein zweites. Hilfe! Ah! Du warst so schön. Ich bin tot. Hm, hm. Doch. Oh Gott, schon ein halbes Herz. Weg hier! Soll ich das? Renn, Gehli, renn! Warte, das stimmt nämlich erst in drei Sekunden. Oh? Okay. Eins. Was ist eigentlich dimensional Brot? Ich wünsche mir mal Glück, dass mich das Gas nicht abschießt, während ich gerade auf Kloster stehe und Kloster abbaue. Hot Milk und Salz. Was? Oh shit. Oh shit. Nein, 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 nein! Nein! Hab ich doch gesagt. Oh Gott. Sehr gut passiert. Sehr gut passiert. Ja, ich hab eigentlich der Gas getötet. Wir müssen uns verabschieden. Dafür muss ich aber erstmal Hummel kriegen. Ja, stopp. Ich bin uns sichtbar. Ich renne. Ja, hui. Hi. Wie soll ich dir den Zaubertrick zeigen? Ich bin schon wieder unten reingefallen. Okay, ich kann essen. Guck, ich zeig den Zaubertrick. Jetzt siehst du mich? Daaa! Können wir jetzt noch was essen? Guten Appetito. Ich bin so aufgeregt. Oh! Nom nom. Okay, tschüss. Tschüss. Das war jetzt random. Ja. Ja. Daaa! Wo! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.